Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von 7days2stirb Es ist Tag 9 und wir haben in der letzten Folge hier diese wunderschöne Dachterrasse gebaut Und ich habe auch gerade schon hier die bisschen und so gemacht Oh ich habe kein Holz mehr, scheiße Huch, aber wissen wir mal was wir heute machen Oh, kacke Können wir mal ein bisschen Holz mitnehmen wenn wir da zu dem Ding dahin gehen Jetzt muss man sich hier immer einmal ducken um hier hoch zu kommen Also runter zu kommen wieder Echt? Musst du sich jetzt ducken? Ja beim hochlaufen geht es, beim runter nicht Okay So, dann was hast du gerade gesagt? Kann man ein bisschen Holz mitnehmen wenn wir mal bei diesem Feuer-Dings da oben gehen Ja genau, da wollte ich jetzt mal hingehen Ja ja Bin schon unterwegs Was haben wir hier? Oh, 22 Pflastersteine Ui Scheiße, ich bin schon überladen Ja ich auch Kev schreibt, ich fahre jetzt gerade ganz entspannt durch Belgien Das ist schön Ah, euer Talk Simulator Ähm, war es echt? War es echt Kev? Er fragt echt? Heißt du jetzt Dominik oder was? Echt? Äh, lol Da ist ein kaputtes Haus Ja, kaputtes Haus Also eine Wand Ein Stückchen Wand, ja Ja Oh, hallo mein verbrannter Freund Boah, ich kann nicht sprinten meine ja Die Verstauchung ist nur bei 5 Minuten Das Ding ist, uns wird gleich in diesem Bereich hier viel zu warm Echt? Ja Weil umso tiefer du reingehst, umso wärmer wird's in diesem abgebrannten Gebiet Der Schlagmann Band 1 Boah, das ist voll traurig hier, hier ist halt echt nix mehr übrig, ne? Na ja, ist halt nie mehr gebrannt Oh wow, das ist überhaupt nichts der Turm, Digga Was ist das? Das ist ein kleiner Wasserturm Miniatur Wasserturm, das war's Nee, ist es nicht Ja, können wir gleich wieder umdrehen Oh man Ganz tolle Wurst Nein, nein, nicht das da Mann, da hinten An der Straße hier entlang Wo denn? Da links Ach du Scheiße, was ist das denn? Das hab ich noch gar nicht gesehen Ja, das meinte ich ja Ach so Ich hab gedacht, du meinst den kleinen Kackturm da Ja, was ist denn mit so einer scheiß Pisse da hinten? Weißt du, wie weit das noch weg ist da hinten? Vor allem, ich bin überladen, Alter, hätt ich mal was gesagt Was ist denn, wenn wir jetzt totes Loot finden? Und ich kann nichts mitnehmen Ich schmeiß mal ein bisschen Scheiß weg Ja, ich schmeiß mal das alte Geld weg Ja Deserbrochenes Glas schmeiß ich auch weg Kackblei weg damit Stofffetzen brauchen wir, Scheiße Ich hab grad fast den Eisenhammer weggeschmissen Bloß nicht Okay, so Jetzt bin ich nicht mehr überladen Oh, da ist auch ein Haus Lass da einziehen, wunderschön hier Ja, ja Ich glaub die Gegend ist toll, ne? Ja, ja, das ist eine richtig tolle Gegend Ja Die Verstauchung ist bei 6 Minuten, es geht hoch die ganze Zeit Ja, umso länger man läuft, umso doller wird das Du brauchst halt Ruhe, Mann Schieß doch nicht immer direkt, du kannst die doch kaputt knippeln Ja Hab ich auch genug Munition Oh, was hat der dabei? 15 Schuss, ne? Siehste Bier! Boah, alter Kopfzer Platz Hier, trink mal ein Bier Vielleicht vergibt's dir dann besser Um Gottes Willen Ich hab ein Kater, ich bin besoffen Was für ein Kater? Ja Kater kommt erst danach Ein kleiner Rausch, du hast Lust zu raufen Oha, ich trink noch ein zweites Bist du bekloppt? Oh, scheiße Oh Gott Ja und jetzt willst du zu dem Turm gehen Und jetzt kommt da gleich Zombie Apokalypse des Todes Ich seh dich zweimal Oh! Ne Was? Drei Reparatur-Kits Geil, wofür? Eins für die Axt Eins für meinen Eisenhammer Jetzt hab ich eins noch übrig Für die Ranch Sehr gut Jetzt hab ich alle meine krassen Sachen repariert Sehr gut Geil Die hab ich im Auto gefunden Also, Auto auch durchsuchen ab jetzt Autös Weißt du was mega scheiße ist, wenn du die ganze Zeit nur so stumpf vor den stehen bleibst, wenn du haust ne? Ja Ja Du musst halt nach jedem Schlag mal zurück gehen Und ich geh halt immer Ich renne immer zu denen, schlag die und dann lauf ich direkt rückwärts, weißt? Okay Dass wenn die zuschlagen, dass du natürlich nicht die ganze Zeit Schläge abkriegst Ist das zwei Fredsack oder ist das einer? Ist das einer Ist das einer Ich kann's nicht sagen, ich bin noch besoffen Oh oh Woah Der hat gekotzt, alter Nicht kotzen Alter, das hält der aus, Digga Tod Kopf zerschossen Nicht verstauchen, acht Minuten, alter Was steht da? Manke? Oder was? Min, Min Marke Min Marke Min Marke, da hinten ist noch so ein Fredder Ist egal, lass mal hier reingehen Ach, Mini Marke, jetzt Min Marke Ah, achso Ah fuck, da kommen wir nicht rein Scheiße, da müssen wir mal rein Nicht nur fast Oh fuck, oh fuck, oh fuck Hat der, hat der nur 100 Hitpoints Achso Ja, lass mal ran mit meiner Feuerachstier Ja, Mann Geh doch mal rein Geht nicht Ja, geh mal ausm Weg kurz So, jetzt Ja, meine Fresse, wir wären schon, wir wären schon wieder raus, alter Wenn du mich endlich mal hingelassen hättest So, Kühlbox Kaffee, geil Gönne ich mir Oh, hallo Hä, sag mal Verangelassene Beute Verbandskasten Dose Lachs Ne lose Dachs Oh, hallo Ähm, Dominic Hilfe Boah, mir war ein bisschen Hilfe Achso, du auch Ja, ja Ja, hier ist grad so ein Dickmann rein So ein Dickmann? Aus der frische Box, ja Ja, den kannst du doch essen, die, 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 die schmecken doch lecker Ich sag doch, ich sag doch, Dickmann aus der frische Box Wofür hast du jetzt Hilfe gebraucht? Äh, das waren zwei Zombies Oh nein, wegen zwei Boah, ich hab vorher gegen 15 gekämpft und Dominic ist weggelaufen Nägel Nägel, na toll So, wo ist mein Dickerchen? Eisenschreibtisch Uiiiiiii 13 Schrott Oh, der ist, der ist durchgebrochen Ja Oh, hier ist er, hallo Dickerchen Ja, jetzt ist er da nicht mehr Ach, scheiße So, Abfahrt Zu der Bude da jetzt Oh, scheiße Das sind diese Screamer-Viecher Oh Gott Da läuft doch noch ein Hund Ja, das Problem ist, die können dich übel infizieren Die sollten eigentlich nicht an einen ran Ich sag ja Nimm die scheiß Knarre, Mann Springt hier auf einmal los, Alter Was zum Teufel Hund kommt Warte, ich hab Schrotze ausgewählt Kopf zerschossen Geil So, jetzt gehen wir aber dahin, verdammt Auf direktem Wege Wir gehen nirgendwo anders mehr rein Ja Der, was ist das? Jetzt ist das einfach nur so eine Mega lame Scheiße, oder? Da ist nochmal so ein Viech Boah Schlag doch zu jetzt, verdammt Schlag doch, Mann Greystown Der, was ist das für ein Riesen-Klotz, Alter Das ist ein Riesen-Hochhaus, Junge Alter Boah, weißt du, was da drin für ein Loot wartet? Oh ja Aber weißt du, was da drin an Zombies warten? Oh ja Das sieht so richtig zerbombt aus hier Fuck, da ist so ein Kotzer Ich hab jetzt schon Rübsen gehört, Alter Ach du Scheiße Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck Wir sind gefickt Komm jetzt schnell, wir müssen den irgendwie um Komm mal hier in das Haus rein, kurz Was ist denn das hier? Das ist ein Stein einfach Ich weiß es nicht Ich kann nicht mehr sprinten, Alter Ja, natürlich, dein Bein Naja, neun Minuten schon jetzt Naja, das geht jetzt immer doller Scheiße Alter, was ist das denn hier? Guck dir mal das Hochhaus an Ich denke, wir müssen da rein, Mann Ähm, guck dir mal die Zombies da unten an Was ist denn das für ein Viech? Okay, weißt du was? Komm, hier runter springen, zack Ja, ich mit meiner Verstauchen, oder was? Fuck Er macht's einfach Anstatt er außen rumläuft jetzt Seht ihr, Leute? Dominik, wenn ich sag Spring, dann springt er Da sind sogar Fenster drin Also Glas Boah, wie es hier anfängt zu ruckeln, ne? Ja, es ruckelt hart Ist das ein Krankenhaus? Da leuchtet sogar rot So ein Ding Ja, hi Higashi heißt die Firma Oh, oh Oh, oh Was? Hier, ne, das ist irgendein Bürokomplex Hier sind Bürohengste Schlag doch zu, verdammt, Alter Ich weiß, dass deine Auslauge gering ist Aber sonst stirbst du Verstehst du das nicht? Ähm, die Viecher hier machen Damage des Todes Die haben auch Loot dabei 35 Schrot Achtung Kaput Gehen wir mal hoch Alter, das warst du Ich dachte, da kommt schon sonst was angerannt Ähm Ja, moin, Alter Oh, das sind vier Ich hab nur noch neun Hitpoints Oh Gott Wir müssen hier weg Ja, raus Oh, oh Verbrannter Zombie Ach du Scheiße Wo bist du denn? Bist du nach oben? Ich bin hier am Ausgang Hinter dir Achso Wir müssen nach Hause Ja Das ist Dafür sowas sind wir noch nicht ready Hier Krass, ey Das ist so Das könnte ich jetzt auch nicht gedacht Ah, da war nicht Alter Ihhh Hilfe Ey, was ist das denn? Weg Oh Gott, das läuft in grün Alter Ihhh Ich hab's erschossen Hinter dir Hinter dir Ah, das ist ein Vogel Du rennst zum Bär, Alter Der Bär Ja, ich glaub, der hat das gehört Ja, hier ist ein zweites Bär Hilfe Oh Ich hab noch sieben Hitpoints Hilfe Oh Gott Das ist nicht dein Ernst Ja, ich kann ja nicht weg Ja, mit der Packverstaufung Ja Scheiße Mein Zeug liegt da Fuck Echt? Ich hab gewusst, dass das eine Scheißidee ist Weil ich hab Das weiß ich nämlich Dass umso tiefer du in sowas reingehst Umso schlimmer wird das Oh Gott Ich krieg niemals dein Zeug mit Ja Jesus Ey, da muss ich eh kommen Was geht denn? Komm Alter, wie schnell der auf einmal rennen kann Ich geh zurück Ja, ich hol mein Zeug, Alter Ja, ich geh zurück Ich warte jetzt hier nicht Nee Wir gehen da nie wieder rein Boah, ey Oh Junge Ich hoffe, du hast jetzt, was du wolltest, du Idiot Scheiße Ja gut, dass da so heftig eskaliert ist Ja, was hast du jetzt erwartet, dass hier Blümchen wachsen und die uns Kaffee bringen? Ja, ey Keine Ahnung Ja, wenn da so eine Riesenbutze ist Was hast du jetzt erwartet, was da kommt? Dass da jetzt Sturmgewehre liegen mit 8000 Schuss und mehr passiert hier nicht Na ja, klar Dass es da jetzt richtig kranken Lut gibt und wir nachher die Helden sind Ja, klar Oh je Ei, ei, ei Ich Idiot Ich hab jetzt 200 Schuss in dem Sturmgewehr dabei und hab's nicht genutzt Scheiße Jetzt irgendwie schon der zu meinem Rucksack kommt Na, danke Die ist warm, suche Kleidung oder einen Unterstupf Klar, ich zieh mir Kleidung an und dann ist mir nicht mehr warm Nein Macht sehr viel Sinn Ne, ich glaub das ist wegen dieser Atomstrahlung oder nicht Das ist so eine Hitzestrahlung, da schützt du dich ja mit Klamotten vor oder nicht Ich weiß nicht, da steht nur heißes Wetter Als Tagebuch eintragen Ist wahrscheinlich halt echt nur heiß An der Haut oder so, keine Ahnung Militärstoff Ach weg Zombie ist hier weggeblasen Boah, ok So, ich geh dann auch mal wieder Boah, schön hier Ja, mega Hab ich gefreut Ja, Roswell ist ja dieses Roswell ist soll ja 1947 Ein Ufo abgestürzt sein mit Aliens drin Ah, ok Das halten die ja in der Area 51 anscheinend unter Verschluss Das war in Roswell Ah, ok, ja lass mal da hingehen irgendwann später Ey, hast du gesehen, was da für Zahlen stehen? 368 Ja, also willst du 368 Meilen dahin laufen? Das wird nicht hier auf der Map sein Weiß ich nicht, die Map ist ja scheiße riesig Ja, aber, ey, willst du jetzt 400 Kilometer in eine Richtung laufen? Ja, das ist ja scheiße weit Wir sind mit unserem neuen Haus gerade 1,3 von unserem alten weg Und jetzt willst du 400 Kilometer laufen, ne? Viel Spaß Ey, 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 oha, ok Ja, what the fuck, hä? Das ist Map-Design, das ist gar nicht auf der Map vorhanden Und da willst du nach Albuquerque gehen, da wo Breaking Bad stattfindet Das sind nämlich genau die Anspielungen, Mann Ah, ok Na ja, what the fuck, da kann man nicht hin Oh, zu Hause Bei blauem Wetter Weil bis in dem Wald dann direkt so schlechtes Wetter gibt Ja, so, so, so Aschenwetter Gut, ich würde dann sagen, in dem Fall, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von 7 Days to Die Dominik wird jetzt noch seinen Weg nach Hause finden Genau Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von 7 Days to die Ja, bis zum nächsten Mal Macht's gut Und ciao Genau Tschüss Ja, bis zum nächsten Mal module spe Vielen Dank.